It's the number one So, alles klar! Na, dann wollen wir mal! So, für die Mädels an morgen fangen wir erstmal ganz gemütlich an hier, na logisch! Ja, denn eigentlich ist dieses Karusel für Mädchen viel zu schnell! Aber scheißegal, Mädchen nehmen wir am liebsten mit, die quieken immer so schön! So, dann fangen wir mal an, Baby! Jetzt geht's ab, ja! Das war's! Das war's! Wir sind gelockt! 7.8, einer. Erkassieren 7.8. Erkassieren 7.8, einer. So, los, komm, wir fangen an mit dem Kaffee, 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 Kaffee. Wer passiert sieben und acht? Wer passiert sieben und acht? Sieben, acht, einer. Wer passiert sieben und acht? Sieben, fünf, fünf. Oh mein Gott, sieben, fünf, fünf! Hier geht's! Schuhe so günstig teichern. Wie man dreht noch hier? Die Behalte ich dreht an. So, damit sieht es aus. Seid ihr noch fit, ja? Aus der Berg zum totalen Finale. So, Freunde, wer Tickets hat, bitte ganz nach oben durchgehen. Wer Tickets hat, nach oben durchgehen, an die Wand durchgehen, bitte. Achtsam! Oh, wieder, wieder, wieder. Arme Töbe, Töbe, Töbe. Komm, 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 komm. Hallo hinter die Amtsperrung am Alt. Wo ist seine rote Linie, wa? Weißt du auch nicht. Habt ihr schon fast gedacht. Los, 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 los. Die letzte Korra. Die letzte Korra. Wir schmeißen den Anker vor sie in der Fahrbahn. Achtung. Vor sie in der Fahrbahn warten, bis die Karre kommt, entsteht. Warten, bis die Maschine steht. Die Fahrbahn erst beträgt hin, wenn die Karre kommt, entsteht. Und dann wird die Fahrbahn. Und dann wird sie in der Fahrbahn. Die Fahrbahn ist eine große Veckung. Die Fahrbahn starten. Bis zum nächsten Mal.